Hey Leute, willkommen zu einem neuen Techniker-Video von mir und ja, ich bin noch in Bulgarien hier in meinem Hotelzimmer und hatte hier jetzt gerade ein Thema, wo ich auch schon mehrfach angefragt worden bin, ob ich darüber nicht ein Video drehen kann. Ich habe relativ lang darüber nachgedacht, wie kann ich das eigentlich rüberbringen und wie kann ich es am besten machen, nachdem unser Studio noch nicht steht, die Firma nicht steht, ich die ganze Freisen bin. Und jetzt bin ich jetzt selber hier auch an das Problem gestoßen, ein klein wenig und habe mich jetzt entschlossen, ich versuche jetzt euch irgendwie das Thema Ölrückführung nochmal ein bisschen näher zu bringen. Ich habe ja die ein oder anderen Videos ja gemacht, schon über Ölabscheider und wie wichtig Ölrückführung ist und bla bla hin und her und auch immer wieder angedeutet, wie das Ganze zum Aussehen hat. Ich werde jetzt mal mit Punkt 1 anfangen und mein Punkt 1 ist noch einmal ganz kurz zu erklären, warum eigentlich Ölrückführung. Ölrückführung brauchen wir relativ einfach ausgedrückt, wir schießen Öl raus. Kann man was wollen. Bei einer normalen Kompressionskälteanlage, die Öl gefüllt ist, die nur ein Kältemittel drin hat, können wir es nicht verhindern, dass das Öl hinauskommt ins System. Das heißt, wir oder unsere Aufgabe als Techniker ist es zu schauen, dass das Öl wieder zurückkommt. So, jetzt gibt es Part 1 der Ölabscheider, darüber gibt es ein Video, der natürlich direkt in der Heißgasleitung eingebaut wird. Wir schießen das Öl hinaus, der Ölabscheider absorbiert 80, 90 Prozent, 95 Prozent und schickt das dann nachher über eine Leitung zurück. Daraufhin wird im Nachhinein ein Video kurz eingeblendet oder ich werde nachher noch einmal ein Video drehen, wie das genau ausschaut mit der Ölrückführung vom Ölabscheider selber. Jo, wir sind jetzt beim Kunden angekommen und das Erste, was ich euch zeige, ist einmal Ölabscheider. Den haben wir hier, das ist ein wunderschöner blauer Ding da. Ja, die Lichtverhältnisse sind leider hier ein bisschen schlecht, aber ich glaube, wir können rüberbringen, was wir so wollen. Wie man sieht, kommen wir direkt aus dem Kompressor raus mit der Heißgasleitung, haben einen Schwingungsdämpfer danach, dieses rote ist ein Muffler. Der dient auch nochmal Schwingungen, Vibrationen und Geräusche wegzunehmen. Fahren direkt in den Ölabscheider hinein und fahren dann quasi in unseren Verflüssiger hinein. Und unten sieht man jetzt quasi eine kleine Zehnerleitung, die wird dann nochmal reduziert auf eine 6mm Leitung und das ist dann quasi, wie das dann zurückgeht, direkt in den Kader vom Kompressor. Und damit scheiden wir eigentlich einen Größteil des Öls ab und bringen den direkt zurück zum Kompressor. Dass da kein Heißgas durchgeht, ist es relativ einfach. Da drin ist ein Sieb drinnen, da tropft das Öl einfach ab. Unten ist ein Schwimmerschalter, das heißt, erst wenn ein gewisser Stand des Öles da ist, dann macht er auf, lasst ein bisschen Öl durch und dann macht er wieder zu, damit das heiße Kältemittel natürlich nicht in den Kader mit reinkommt. Nichtsdestotrotz möchte ich ganz ehrlich zugeben, ist, wie ich auch schon gesagt habe, der Ölabscheider absorbiert nicht 100% das Öl. Also ein Teil geht natürlich ins System hinaus und wir haben hier natürlich eine Megahöhe und unser Verdampfer sitzt quasi unten, ja ungefähr, sagen wir mal, 8, 9, 10 Meter entfernt circa. Und ja, dadurch müssten wir jetzt Ölhebebrüchen einbauen. Zwar nicht 100%ig optimal, weil wir jetzt nicht so viel Material mitgehabt haben oder nicht so viel Material hier haben dafür. Und auch die Positionierung der Rohrleitung hier etwas suboptimal war, aber wir versuchen natürlich das Beste daraus zu machen und fachgemäß arbeiten zu können. Man sieht es jetzt zum Beispiel erstens hier, wir haben hier von unten gesehen dann den Gegensack, der kommt. Wir haben hier jetzt noch eine ganz leichte Steigung quasi hier drinnen, wo ich sage, okay, damit kann ich aber leben. Und nachher haben wir die Sorgleitung nochmal leicht schräg gemacht, damit sie quasi nochmal schön runter rennt. Und bei jedem Flüssigkeitsabscheider haben wir ebenfalls einen Sack reingemacht, wenn man raucht, steigen zum Flüssigkeitsabscheider, damit es nicht da unten liegen bleibt. Die Kunst bei der Anlage war eigentlich hier unten. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann, wenn man da runter filmt. Wenn man hier hinunterschaut, sieht man quasi unsere ganzen Säcke. Zwischendurch haben wir einen Sprung weg von den Schienen gemacht, weil nach links und nach rechts konnten wir jetzt nicht so viel ausweichen. Das würde ich sagen, was ich normalerweise machen würde, ich würde normalerweise 90 Grad drehen, dass wir seitlich hochfahren und dann wieder retourfahren. Den Platz hatten wir jetzt auch nicht so und es war auch hier nicht so einfach zu montieren. Daraufhin habe ich mich entschieden, es wegzumachen von der Schiene und nachher wieder dazu Schiene zu kommen. Also wir haben hier alle zweieinhalb Meter, das heißt wir haben unten einen, wir haben in der Mitte einen und wir haben oben den Gegensack, haben wir jetzt solche eingebaut. Somit kann ich mir eigentlich ziemlich sicher sein, dass wir hier so gut wie möglich eigentlich das Öl hinauf bekommen. Den Rest zeige ich euch nochmal ganz kurz unten, das heißt wir packen sich jetzt hier oben zusammen, gehen runter und dann sehen wir sich gleich wieder. Jo, hier bin ich wieder, so ich habe das jetzt mit dem Handy, ich nehme das jetzt hier gerade mit dem Handy auf, weil wir gerade da ein bisschen unter Wasser stehen. Und wenn wir uns dagegen drauf gekommen sind, dann sieht das da unten Wasser irgendwie blöd aus dem Ablauf raus. Und jetzt haben wir die Kamera mal und das ganze Equipment lieber ins Sichertal gebracht und ich bin jetzt hier mit dem Handy. Und ich probiere das jetzt mal hier. So, hier seht ihr, ich muss da leider ein bisschen aufgrabbeln dafür. Also hier seht ihr quasi, hier auch nochmal einen Sack, hier fangt es von unten an, hier ist ein Gegensack hinauf zu. Hier wieder Sack, Gegensack und dann fahren wir hier rüber, machen hier nochmal einen Sack. Und dann fahren wir da oben hinauf, dass man wahrscheinlich jetzt nicht so sieht. Ja, also wir haben hier nur den Sack im Gegensatz mit einem kleinen Bogen gemacht. Normalerweise hätte hier ein Sack einfach gerade weiter gereicht, aber wir hatten, wie gesagt, das war halt genau das Problem, das war schon fertig, diese Teile. Und deswegen haben wir uns das dann so entschieden zu machen. Ja, ein bisschen super optimal, aber es reicht fürs Öl alle Male, sag ich jetzt mal so. Nichtsdestotrotz kommt weiterhin Öl in das System hinaus. Und unsere Aufgabe ist jetzt zu gewährleisten, dass das Öl nicht irgendwo hängen bleibt oder irgendwo sich einfach nicht mal weiter bewegt und einfach nicht rechtzeitig zu unserem Kompressor zurückkommt. Wenn wir natürlich lange Rohrleitungsstrecken haben, wissen wir alle, okay, Rohrdimensionierung, Ölabschalter brauchen wir vor allem bei langen Rohrleitungen, weil wir einfach da einfach nicht mehr gewährleisten können, auch wenn die Ölrückführung selber passen würde, dass es in der Zeit zurückkommt. Wie geht es von einer normalen Anlage aus? Von mir aus haben wir einen Ölabschalter drinnen. Aber wir haben diverse Situationen und die Standardsituation ist eigentlich Kompressor steht oben, Verdampfer ist unten oder die Kühlstelle selber ist unten und wir haben eine steigende Sorgleitung. Und das ist so ein bisschen der große Knackpunkt, weil da reden wir noch gar nicht von leistungsgeregelten Maschinen und, 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 sondern wir reden einfach nur eine Steigleitung innerhalb der Sorgleitung. Das heißt, wir müssen quasi das Öl, was im Verdampfer sich befindet, hinaufsaugen bis in den Kompressor und das müssen wir mal hinbekommen. Die einfachste Art und Weise sind natürlich Ölhebebögen. Kleine Siphone, ja, wir werden dann zum Kunden fahren und dort zeige ich euch das dann, wie ich das jetzt hier gebaut habe. Und sage ich mal, das ist die einfache Version. Da geht die Theorie in meinen Augen komplett auseinander. Also, was ich da, wenn ich Bücher lese oder mir Fachliteratur anschaue, die einen sagen alle 5 Meter, die anderen sagen alle 2 Meter, die anderen sagen alle 3,5 Meter. Ja, ich kann euch jetzt nur meine Erfahrung geben. Meine Erfahrung liegt bei 2,5 Meter, fahre ich am besten. Das heißt, ich mache meinen 180-Grad-Sack nach 2,5 Meter ungefähr. Es liegt natürlich auch daran, wie kann ich die Leitung montieren, wo habe ich Platz, habe ich über den Platz, dass ich jetzt nochmal einen Gegensiphon mache und wieder einen neuen Siphon mache, habe ich den Platz überhaupt. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und somit sage ich immer, könnten es mal 2,5 Meter sein, dann sind es vielleicht 2 Meter oder dann sind es vielleicht 3 Meter. Die Abstände sollten so gut wie möglich gleich sein, aber ob das jetzt in meinen Augen 2,5 Meter oder 3 Meter sind oder nur 3,5 Meter sind, 5 Meter sind, mir persönlich habe ich relativ schlechte Erfahrungen gemacht. Kommt natürlich auch darauf an, welches Kältemittel habt ihr drinnen, welchen Kältemittel Massenstrom fährt eure Anlage, welchen Druck habt ihr drinnen. Das sind natürlich viele Faktoren, wenn ich da mit irgendeinem Hochdruck-Kältemittel durchfahre, wo ich relativ schnell da hochzische, massive Geschwindigkeiten habe, dann reicht es wahrscheinlich alle 5 Meter. Ich gehe jetzt einfach mal von standardmäßig aus, normales Kältemittel, normaler Kältemittel Massenstrom und dann würde ich ihm alle 2,5, 3 Meter einfach machen. Die zweite Variante dazu ist die sogenannte Split-Leitung für diese Steigleitung. Wird meistens eigentlich eingesetzt, wenn ich leistungsgeregelt fahre, das heißt gar nicht bei einer normalen Standard 0,100% Anlage, sondern wenn ich leistungsgeregelt habe. Warum brauche ich das? Weil der Kältemittel Massenstrom ja hinunter geht. Also ich habe jetzt 12 Meter pro Sekunde und ich drehe die Frequenz hinunter und auf einmal fahre ich nur noch mit 6 Meter pro Sekunde. Und dann habe ich, unabhängig ob Steigleitung ist, jetzt von der Sorg-Leitung oder Steigleitung vielleicht von der Heißgas-Leitung, habe ich einfach Probleme, dass das quasi zu langsam wird. Also ich habe jetzt, ich habe es doch auf lautlos gedreht, Leute, ich habe es auf lautlos gedreht, ich schwöre euch. Wohl nicht. Ich kriege es so ab, ich kriege es so ab. Ich habe schon in meinem letzten Video, Leute, wo mein Handy geläutet hat. Ich habe es so abbekommen. Aber egal. Ich wollte hier eigentlich auch eine Spitzleitung montieren, konnte es aber nicht. Ich habe das Material hier leider nicht gehabt dafür. Und ich will jetzt mal nur ganz kurz erläutern, weil das war halt so mein Grund, wie erkläre ich das am besten. Ich habe jetzt hier mal auf die Schnelle etwas zusammengebaut, das jetzt ein bisschen nicht so hundertprozentig optimal ist, aber ich sage mal, es deutet das hin, was ich eigentlich sagen möchte. Wenn ich jetzt sagen würde, hier kommt meine Sorg-Leitung daher, dann spiele ich die Leitung hier zum Beispiel auf zwei Stück auf. Zwei unterschiedliche Dimensionen, die im Idealfall dieselbe Dimension ergeben im Innendurchmesser von der Hauptleitung. Das heißt, symmetrisch passt das jetzt hier nicht ganz, weil ich habe hier eine 16er Leitung und ich habe hier eine 22er Leitung. Beides mit einer Wandstärke von einem Millimeter. Somit passt das jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, man sieht das relativ schön, was ich meine. Wir haben hier den größeren Anteil, wir haben hier die kleinere Leitung. Das heißt, ich komme hier jetzt mit meiner Sorg-Leitung daher und wenn die Frequenz oder die Leistung runter geht, dann fühlt sich dieser Sack leicht mit Öl. Das bedeutet jetzt im Klartext, dieser Sack hier, den wir hier machen, der soll so klein, so gering wie möglich sein, aber ausreichend sein, dass das Öl hier blockieren kann. Das heißt, wir blockieren quasi hier, weil die Skatermittelgeschwindigkeit relativ langsam ist, blockieren wir hier das Skatermittel, damit wir es quasi zwingen, dass es hier mit dem Öl nachher hinauf geht. Das heißt, in erster Instanz, fahrt ganz kurz ein bisschen Öl hier rein. Das heißt, wenn ihr den Sack hier natürlich viel zu groß macht, habt ihr das Problem, dass natürlich hier dann ein Haufen Öl steht. Ihr müsst es damit berechnen quasi, dass hier ein bisschen Öl liegen bleiben wird. Aber das soll auch so sein, weil es blockiert quasi, damit wir hier quasi dann in der kleineren Leitung, wo wir auch eine wesentlich schnellere Geschwindigkeit dann vom Kältemittel haben, einfach hinauf fahren können. Oben wird es ganz einfach wieder von oben in die Rohrleitung eingeführt mit einem Gegensack und die Geschichte ist erledigt. Auch hier gehen die Theorien natürlich ein bisschen auseinander, dass man sagt, alle fünf Meter sollte man trotzdem hier nochmal Gegensäcke machen. Von meiner Erfahrung her jetzt, rein von meiner Erfahrung her, hatte ich noch keine Probleme. Das heißt, ich bin eigentlich immer relativ gut mit diesen Splittleitern gefahren in den Frequenzbereichen. Ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, ich bin noch nie dann 20, 30 Meter in die Höhe gefahren. Aber da gibt es Optionen, dass man es auch auf dreimal aufsplittet und, 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 und. Also da kann man sich ein bisschen austoben. Ja, Variante 2 ist übrigens meine Lieblingsvariante, die hier, weil ich finde, sie schaut auch am Geisten aus, wenn man sie verbaut. Also wenn man das wirklich schön baut, schaut man das relativ cool aus. Zu den Siphonen, beziehungsweise den Ölhebebögen, da habe ich jetzt auch schon die unterschiedlichsten Variationen gesehen. Ja, mit hier so 45 Grad Bogen, 45 Grad Bogen, ein Stückchen Rohr, 45 Grad Bogen, 45 Grad Bogen. Ich tue ja im Prinzip die Oberfläche viel, viel zu vergrößern. Meistens reichen ja kleine Säcke. Und auch da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe das hier jetzt mit 90 Grad Bogen gemacht. Es gibt fixfertige, 180 Grad schöne Sackbögen, die kann man kaufen. Die machen wesentlich mehr Sinn, nehmen auch viel Arbeit weg. Ich meine, bei so einer kleinen Dimension ist das jetzt nicht so schlimm. Aber in dem Moment, wo ihr jetzt größere Rohrleitungen habt, also ab 35er aufwärts, wird das schon ein ziemliches Ding-Dang-Dunk. Das heißt, einfach hier fertige Bögen am besten kaufen. Variante 2 ist natürlich auch noch die Reiseleitung, eigentlich ist es schon Variante 3. Das heißt, ich habe eine normale Rohrleitung, verändere die Dimension jetzt nicht. Das heißt, wir stellen sich jetzt alle Bilder immer vor, dass es hier ein 35er Ölsack ist und dann baue ich von unten quasi am tiefsten Punkt, baue ich eine 6er Leitung hinein oder löte ich hinein, besser gesagt, und fahre die auch mit hinauf, sodass ich das Öl hier sammeln kann und eine schöne hohe Geschwindigkeit bekommt, dass es hinauf geht. Von meiner Erfahrung her selber muss ich ganz ehrlich zugeben, ja, sie funktioniert, aber ich bin nicht so ganz so happy mit dieser Variation. Ich habe schon sehr häufig gehabt, dass schmutzende Rohrleitungen oder solche anderen Probleme, die wir haben können, uns die 6er Leitung zumacht, die Geschwindigkeit nicht kommt, das Öl sich weiterhin sammelt und dann stehen bleibt. Und auch das selber, was wir hier haben quasi, es verstopft uns die Rohrleitung, es verstopft uns den Fluss von Kältemitteln. Das Kältemittel geht einfach den geringsten Widerstand und geht dann quasi bei der 6er Leitung mehr oder weniger vorbei und somit kriege ich nicht den Druck und nicht die Geschwindigkeit zusammen, dass ich es hoch bekomme. Habe ich schon öfters erlebt gehabt, war gut gedacht von einer Firma, aber im Endeffekt hat dann Schmutz das Ganze verlegt und ja, tschüss, sag ich mal da drauf. Ja, somit bin ich mit der Variante ein bisschen besser dran, wenn da ein paar, sag ich mal, Rohrspartikeln, weil man nicht ganz unter Stickstoff sauber gelötet hat oder ein paar Späne hier sind, dann ist das meistens kein Problem. Wie ich meine Ölhebebögen habe, schauen wir uns nachher dann beim Kunden gemeinsam an, ja, wie ich das versucht habe zu lösen. Was mir aber aufgefallen ist und da sie mir jetzt bei diesem Gefallen hat, ist, der erste Gegensack, der erste Sack, den ich brauche, ja, muss auf der tiefsten Stelle sein. Das bedeutet, schlicht und ergreifend, wenn ich aus dem Verdampfer rausfahre, fahre ich nicht einen Meter in die Höhe und dann brauche ich erst meine ersten Ölhebebögen. Das ist ja komplett aus Schwachsinn, das ist komplett kontraproduktiv. Das heißt, ich brauche mir quasi einen Gegensack, obwohl ich unten gar keinen Siphon habe. Das bedeutet im Klartext, mir bleibt unten einfach mein Öl liegen. Das wird nicht funktionieren. Klar wird es funktionieren, wenn die Geschwindigkeit da ist, dann wird auch das funktionieren. Aber im Worst-Case-Szenario, vor allem gerade bei leistungsgeregelten Maschinen, da ist ja die Gefahr. Früher, muss ich ganz ehrlich zugeben, also wenn ich mich jetzt zurück erinnere, bei normalen Standardanlagen, früher, ja, haben wir mal Ölhebebögen eingebaut, aber wenn man mal welche vergessen hat, hat die Maschine im meisten Fälle überlebt. Heutzutage, wie gesagt, in dem Moment, wo die Frequenz runterregelt und der Kälte mit dem Massenstrom sich so derbe verändert, haben wir riesen Probleme. Und ein Ölabscheider ist gut, ist eine spitzen Erfindung und ich stehe voll drauf, aber er ist nur dafür da, um den Tod rauszuzögern von der Anlage. Das heißt, in dem Moment, wo Öl rausgeht ins System und nicht mehr zurückkommt, dann bleibt es auch dort. Es dauert zwar länger, aber irgendwann wird trotzdem dann die Anlage leer sein. Und ja, wenn ich keine Ölüberwachung habe, haben wir den Kolbenreiber und wenn ich eine Ölüberwachung habe, habe ich dann permanent Öldrückstörungen. Das heißt für mich nochmal im Klartext, überlegt, wenn ihr Rohr verlegt, es gibt natürlich noch die Variante Sorgleitung natürlich mit einem Gefälle zum Kompressor und da haben wir wieder Diskussionen, naja, wie sieht das aus, bla bla hin und daher. Ja, es sieht manchmal nicht hübsch aus, aber wenn es wirklich der Anlage dient zur Sicherheit, dass wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass man das Öl wirklich zurückkommt, wenn man halt mit so vielen unterschiedlichen Leistungen herumfährt, dann boah ich lieber die Sorgleitung schief, vor allem zum Kompressor schief, nur dazu zu sagen. Aber überlegt einfach, wann macht eine Ölrückführung Sinn, brauche ich sie überhaupt? Wenn ich jetzt den Kompressor neben der Anlage stehen habe und ich habe eine Steigleitung, ja, gehe einmal hinauf und gehe dann noch einmal hinunter, ja, dann haben wir halt quasi das Verhältnis, naja, sie fällt ja nachher eh ab, aber ihr müsst immer überlegen, das Öl muss auch irgendwann mal, auch wenn es nur Meter ist, er muss dort in die Höhe rauf, ja, und wenn ihr mit ruhigem Gewissen sagen könnt, das geht eh, ja, dann tut es, ja, und wenn ihr euch unsicher seid, dann baut bitte einen Ölheberbogen ein und bitte überlegt auch, wenn ihr welchen baut, wie gesagt, wenn ihr einen Gegensack schon baut und vorher einen Meter hoch gestiegen seid, ja, dann habt ihr es zwar gut gemeint, dass ihr nachher überall Ölheberbögen drin habt, ja, aber im Endeffekt habt ihr der Anlage mehr Schaden verursacht, ja, also jetzt hier gar keinen reingemacht, weil er einfach liegen bleibt. Es bleibt einfach auf der tiefsten Stelle unten liegen und kommt einfach nicht in die Öl, ja, und vor allem, wenn es hochkommt, kommt es auch wieder retour, und dann rinnt es nicht unten in den Sack hinein, ja, wo es sich wieder aufschlagen kann, sondern rinnt eigentlich, jetzt in unserem Fall, rinnt wieder rein und rinnt wieder komplett in den Verdampfer rein und bleibt dann dort liegen. Und das Öl bleibt, wie das Kältemittel, dann auch noch auf einem kalten Punkt liegen, das heißt, wir haben einen vorgefüllten Verdampfer da mit Öl, ja, und dann müssen wir wirklich einmal schauen, wie wir die ganze Sache rausbekommen. Ja, so, wir mussten jetzt auch da relativ schnell raus jetzt, weil die mussten das Wasser da abpumpen, weil das ist immer mehr und immer mehr gestiegen da unten. Ja, haben die Aufnahmen jetzt nicht so funktioniert, wie wir es vorgestellt haben, aber ich hoffe, ich konnte euch zumindest ein bisschen erklären bezüglich Ölhebebögen. Was ich vorher kurz gezeigt habe, das eine, die Leitung, die rüber geht, ist halt ein bisschen suboptimal gebaut worden, aber es dient ihrem Zweck und wir werden das Öl auch dadurch ohne Probleme zurückbekommen. Würde schöner gehen, ja, aber, ja, funktional ist es und somit hätte ich gesagt, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen bezüglich Ölrückführung. Vielleicht schaffen wir auch irgendwann mal, wenn wir Splittleitungen zu legen, oder sowas in Richtung, dann werden wir natürlich auch darüber ein Video noch drehen. Und in diesem Sinne, lasst ein Like da, vergisst dich zu abonnieren, besucht uns auf Instagram und wir sehen sich beim nächsten Video. Ciao, ciao!